Guten Morgen, heute letzter Tag, wo wir Rad fahren und dann wollte ich euch unser Frühstücksbuffet zeigen. Der Aschegang sieht wie immer sehr gesund aus. Heute nochmal herrliches Wetter hier und ja, wir sind jetzt angekommen in Porta Polenza, fahren jetzt den Berg hoch. So, mehr oder weniger schnell, nie da vorne. Machen Sie auch. 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 Wunderschönes Wetter. Richtig herrlich heute nochmal, am letzten Tag. Sonne scheint und jetzt geht's wieder zurück. So, das war's jetzt. Heute hat die 200km mal ein Meter geknackt wie letztes Jahr. Schnitt von 32,4 waren's, glaube am Ende. War also ein ziemlich flottes Tempo heute. Und ja, das war's Trainingslager 2018. Wir gehen jetzt in den Bierkönig. Mal schauen, was da noch so alles abgeht heute. Ihr werdet sehen. Haut rein, tschau. Also es läuft's auf jeden Fall. Ich wünsche euch einen guten Tag. Wie ihr seht, Koffer sind gepackt, es geht nach Hause. Wir sind alle ganz traurig. Ja, wir müssen uns jetzt mal auschecken und dann chillen wir noch ein bisschen. Setzt uns vielleicht auf den Tisch ins Meer. Jetzt auch nach Hause trennt das Haus. Wir haben heute noch eins optic- их in den Raum. Fuck應該 элем, aus Acts? Bis schon mal. Hier wär's 4 Playstation-Maz acc bordiert und Europa. Wasした…? Vielen Dank.